Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Es ist wieder mal an der Zeit für eine Zweitliga-Prognose, ja, und es ist schon wieder ein Weilchen her, zumindest in Gänze, der komplette Spieltag, alle Spiele in der Zusammenfassung. Ich habe nochmal in der Infokarte den Podcast verlinkt zur zweiten Liga, da werdet ihr dann auf den aktuellsten Stand gebracht. Würde mich freuen, wenn ihr da jetzt oder nach der Prognose mal reinschaut, ansonsten will ich gar nicht groß rumlabern. Es geht los mit dem Freitagabendspiel Bochum gegen St. Pauli, viel Spaß dabei, danke fürs Reinschalten und wenn es euch am Ende gefällt, würde ich mich wie immer über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Viel Spaß, los geht's! Für beide Teams ist es wichtig, noch Punkte zu sammeln, um nicht richtig tief in den Abstiegskampf abzusinken. Bochum steht aktuell etwas besser da und ist auch in der besseren Form. Eckball von der rechten Seite, Robert Juhl tritt ihn rein, Kopfball von Lucia, abgefälscht durch Östigard. Das 1 zu 0 für den VfL Bochum zu dem Zeitpunkt absolut verdient. Der FC St. Pauli konnte kein Spiel aufziehen und der VfL Bochum stand vorne wirklich top und brachte sich in gute Positionen. Das ist Jean Voula, wird alleine auf die Reise geschickt, kein Abseits. 2 zu 0 in der 33. Spielminute. Die Hintermannschaft des FC St. Pauli offenbarte hier wirklich einige Mängel, wie auch schon einst beim 4 zu 0 vor knapp zwei Wochen gegen Darmstadt. Aber nach vorne jetzt auch wieder mal ein Lebenszeichen. 37. Minute Dimitris Diamantakos, auch den letzten Treffer erzielte er beim KSC am letzten Samstag. Zweiter Durchgang, der VfL Bochum ließ sich nicht groß beeindrucken von diesem Anschlusstreffer. Aber stattdessen ging es wieder vorwärts. Silvair Jean Voula, Doppelpack, 20 Minuten vor dem Ende. Und das war schon so etwas wie die Vorentscheidung, weil der FC St. Pauli weiterhin nach vorne kaum in Erscheinung trat. Noch knapp 10 Minuten auf der Uhr. Der VfL Bochum spielerisch wirklich fast in einem Rausch. Tom Weiland zu Silvair Jean Voula, der markiert seinen Dreierpack. 81. Minute, alles klar in diesem Duell. Damit verabschiedet sich allem Anschein nach der VfL Bochum aus dem Abstiegskampf. Und der FC St. Pauli steckt da tief drin, vielleicht sogar tiefer denn je. Die Spielvereinigung Greuther Fürth kann die Saison langsam austrudeln lassen. Weder nach oben noch nach unten ist viel möglich. Für den SV Sandhausen geht es noch darum, die letzten Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Aber Greuther Fürth machte hier zunächst den besseren Eindruck. Seguin zu Keita Ruel. Der dreht sich schön auf dem Absatz. Stark gemacht, zieht den Ball mit links zurück und schließt dann schnell ab. Kein Abseits in dieser Position wurde logischerweise nochmal gecheckt. Knappe Viertelstunde jetzt gespielt. Der SV Sandhausen aber verbarrikadierte sich nicht hinten. Behrens mit der Möglichkeit zum 1 zu 1. Der SV Sandhausen hat auch eine positive Form zu verzeichnen. Sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen. Das hat ihnen ordentlich Auftrieb gegeben. Zweiter Durchgang. Greuther Fürth nach wie vor ja in Führung. Und Keita Ruel hat nach einer knappen Stunde die Möglichkeit auf 2 zu 0 zu stellen. Der Torschütze zum 1 zu 0 setzt den Ball hier aber etwas zu unplatziert an. Und ärgert sich dann in Grund und Boden. Fürth schaffte es noch nicht diese Partie zu entscheiden. Sandhausen aber auch ohne wirkliche Möglichkeiten. Stattdessen weiterhin Greuther Fürth. Das 2 zu 0 lag lange Zeit in der Luft. War eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Saper hier gegen Freisel. Der Ball wollte aber nicht über die Linie. Behrens nun mit dem Ballgewinn gegen Julian Green. Bejada legt raus zu Diekmeier. An den Pfosten geschossen von Buhadus. Und Bejada steht genau richtig. 75. Minute. Das 1 zu 1 aus dem Nichts zu diesem Zeitpunkt. Burchard haut sich da mit seinem Mitspieler noch um. So steht es dann nach 90 Minuten. 1 zu 1 glücklich für den SV Sandhausen. Fürth verpasste es einfach vorzeitig die Entscheidung zu erzielen. Der 1. FC Nürnberg schlittert weiter durch die Krise. 0 zu 0 zuletzt gegen Bochum. Man hat nach der Corona-Pause noch nicht gewinnen können. Und jetzt ist man zu Gast beim souveränen Tabellenführer aus Bielefeld. Vogelsammer heute in der Startaufstellung mal wieder dabei. Legt gleich mal einen auf für Hartl. So kurios der Treffer auch zustande kommt. Er war zu diesem Zeitpunkt überfällig. Der 1. Ball muss schon sitzen. Dann mit etwas Glück über Martenia hinweg. im 2. Durchgang. Bis zum Seitenwechsel passierte nach vorne beim Klub sehr wenig bis gar nichts. Stattdessen nochmal der deutsche Sportklub säufert aus der Drehung. Versucht sich am 2 zu 0. Der war technisch höchst anspruchsvoll. und konnte dann auch eher nur für mittelmäßige Gefahr sorgen. Der 1. FC Nürnberg tut sich schwer mit dem Tore schießen. 3 Tore in den letzten 4 Spielen. 2 davon Eigentore. Da konnte man sich heute nicht zwangsläufig drauf verlassen. 55. Minute frei. Dann mal wieder mit einem Abschluss für die Kloberer. Es war einer der wenigen an diesem Samstagmittag. Die Zeit lief nun auch davon. Bielefeld ist ja auch noch nicht sicher aufgestiegen. Deswegen hier die 3 Punkte. Extrem wichtig. Klaus mit der Flanke. Kopfball von Hartl. Verpasst hier den Doppelpack. Setzt den etwas zu hoch an. Aber Bielefeld spielte sich ja zum Schluss nochmal in einen Rausch. Wollt ihr keine Zweifel mehr aufkommen lassen. Klos zu säufert. Super Treffer. 75. Minute. Die Entscheidung in einer extrem einseitigen Partie. Bielefeld gewinnt hochverdient mit 2 zu 0. Und für den 1. FC Nürnberg heißt es weiterhin erstmal hoffen auf Patzer der Konkurrenz. Der SSV Jan Regensburg verschenkte 2 Punkte gegen den VfL Osnabrück. Und konnte nach einer 2 zu 0 Führung doch nur mit einem Punkt nach Hause fahren. Jetzt war der SV Darmstadt zu Gast. Die Lilien verschenken aber auch 2 Punkte gegen Kreuter Fürth. Dort verschoss man noch einen Elfmeter. Hier wollte man das Ganze dann wieder besser machen. Darmstadt setzt sich vorne fest. Regensburg bekommt den Ball nicht geklärt. Da ist Matthias Honsack. 14. Spielminute. Das 1 zu 0. Für die Gäste aus Spitzenwinkel. Spitzenwinkel nicht leicht zu halten für Meier. Aber ganz unschuldig in dieser Situation war er auch nicht. Platte mit dem Ball nach außen. Platte der eben noch einen Strafstoß verschoss. Leitet diese Szene ein. 22. Spielminute. Jannik Stark steht am 2. Pfosten. Nach dieser etwas zu lang gezogenen Flanke kriegt er den Ball nicht gedrückt. 2. Durchgang vom SSV kam viel zu wenig nach vorne gegen sehr gut spielende Darmstädter. Die sind nicht ohne Grund. Tabellen 5 da. Flanke etwas zu weit. Honsack zu Platte. Kein Problem für Meier Platte. Der hier sich viel wieder bemühte, aber es nicht schaffte den Ball über die Linie zu bringen. Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs vom SV Darmstadt nochmal super geführt. Platte. Honsack macht es ganz frech. Selbstständig. Schießt um 2 zu 0 ein in der 53. Minute. Und tatsächlich viel mehr war im Anschluss nicht rauszuholen. Darmstadt zog sich zurück. Verteidigte das gut weg. Und Regensburg war zu einfallslos nach vorne. Und so endet das Ganze hier verdient mit 0 zu 2. Das Duell vorletzter gegen letzter. Vielleicht für beide Teams der letzte Strohhalm. Aber insbesondere für Dynamo Dresden gilt hier eigentlich siegen oder absteigen. Unter der Woche gegen Hannover verloren ziemlich deutlich in der zweiten Hälfte eine Leistungssteigerung. Und so war man auch hier dann besser reingestartet. Zwölfte Minute. Die breite Brust vielleicht trotz einer 3 zu 0 Niederlage war hier doch zu spüren. Aus einer dann eben stabilen zweiten Hälfte im Niedersachsenstadion. Wien Wiesbaden kam im ersten Durchgang überhaupt nicht zum Zug. Stattdessen Dynamo Dresden dicht dran am 1 zu 0. Aber es sollte noch nicht sein. Lindner mit der nächsten Parade. 44. Spielminute. Dominant und stark auftretende Gäste, die als Tabellenletzter hier nicht antraten, als wären sie schon abgestiegen. Dresden musste jetzt mehr riskieren. Knappe Stunde vor der Uhr. Jetzt gibt es mal Platz für Stefan Aigner. Der rechte Mittelfeldmann mit der Flanke zu Daniel Kofi Schere. Und eiskalt nutzen sie ihre Möglichkeit. Eine der ganz, ganz wenigen. Das hier mit Abstand die größte. Und Schere setzt sich im Kopfballduell durch. Dresden noch weiter offen jetzt. Selbst sein Unentschieden wäre vielleicht nicht genug. Nochmal Daniel Kofi Schere. Die Möglichkeit zum Doppelpack gegen Kevin Broll. Aber er nutzt sie nicht in der 89. Spielminute. Aber es sollte nichts mehr machen, dass dieser Ball hier nicht den Weg ins Tor gefunden hat. Denn anschließend kam nichts mehr. Dynamo Dresden verpasste es im ersten Durchgang, alles klar zu machen. Die Möglichkeiten waren da, aber sie trafen eben nicht das Tor. Dynamo Dresden verliert in Wiesbaden mit 1 zu 0. Der VfB Stuttgart holte sich ein 2 zu 0 bei Dynamo Dresden. Das war spielerisch nicht die Epiphanie. Trotzdem konnte man damit sehr gut leben. Hat den HSV erstmal auf Platz 3 gehalten. Der VfL Osnabrück holte sich das 2 zu 2 gegen Jan Regensburg nach 2 zu 0 Rückstand. Aber der Mann des Tages dort, Alvarez, Doppelpacker, ist mit der 5. gelben Karte gesperrt. Hier große Chance durch Cizay in der Anfangsphase. Die lila-weißen waren hier deutlich besser. Castro verliert den Ball an Uahim. David Blacher, 42. Spielminute. Es sollte noch nichts werden mit der Gästeführung. Der VfB tat sich extrem schwer im Spiel nach vorne. Jetzt mal einer der wenigen Angriffe. Und der führt direkt zum Erfolg. Kamadi Al-Ghadoui mit dem 1 zu 0 in der 45. Spielminute. Äußerst glücklich. Aber die Treffer muss man einfach verwandeln. Der VfL Osnabrück versäumte es. Die guten Möglichkeiten. Und die waren da. Einfach zu Treffern umzumünzen. Wieder Cizay jetzt schon im 2. Durchgang. Wunderbare Drehung dagegen. Bartstuber, den tunnelt er noch. Dann setzt er den Ball an den Außenpfosten. Das ist wirklich eine sehr überzeugende und sehr starke Leistung vom VfL Osnabrück beim 2. Platz. Aber wenn man die Treffer nicht macht, dann braucht man sich nicht wundern. Dann González in der Nachspielzeit über rechts bringt die Flanke. Hamadi Al-Ghadoui macht alles klar. Jeweil zu dem Ende der Halbzeit schlägt er zu 45. und 90. Osnabrück hätte die Chancen machen müssen. Dann wäre hier vielleicht sogar ein Dreier drin gewesen. Aber der VfL Stuttgart war eiskalt. Hannover 96 konnte dem Heimfluch etwas entgegensetzen. Man gewann gegen Dynamo Dresden. Den Tabellenletzten mit 3 zu 0. Heidenheim aber eine ganz andere Kragenweite. Und das machten hier die Gäste von Beginn an klar. 12. Spielminute. Eine Standardsituation. Und die Gäste setzen sich vorne fest. Hannover konnte gar nicht atmen. Und musste hier die nächste Standardsituation hinnehmen. Der Ball geklärt fürs Erste. Hannover rückt aber viel zu langsam und behäbig raus. Heidenheim bleibt dran. Teuerkauf. Der linke Verteidiger Kleindienst. Zieler mit der Parade. Aber Meinker nach dieser Ecke vorne geblieben. Und der Innenverteidiger schlägt zu. Das 1 zu 0 für die Gäste. Keine Viertelstunde gespielt. Verdiente Führung für die Elf von Frank Schmidt. Und immer diese Standardsituation. 23. jetzt wieder verlängert. Franke aus Versehen zu Sebastian Griesbeck. Und es stand 0 zu 2 nach 24 Minuten. Und das war absolut verdient. Ein super Auftritt von der Gästemannschaft. Die ja noch die Möglichkeit hat, tatsächlich aufzusteigen. Wenn Stuttgart oder der HSV vor ihn noch patzen sollten. Hier hat Hannover 96 logischerweise gefordert. Sie werden zwar mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Aber so möchte man sich hier auch nicht verabschieden. Auf eigenem Grund möchte man langsam wieder eine Stabilität erreichen. 10 Minuten noch knapp. Das ist jetzt mal Gedetti mit einem fantastischen Freistoßtreffer. 1 zu 2. Der Anschluss war schon mal wieder hergestellt. Und die Möglichkeit, das Ganze vielleicht sogar noch komplett zu drehen, war auch nicht aus der Luft gegriffen. Weil Hannover gut spielte im zweiten Durchgang. Heidenheim zeigte selten mal was nach vorne. Und jetzt Kleindienst mit der Hacke zu Kerschbaumer. Und das ist dann auch eiskalt und sinnbildlich vielleicht für diese Saison. Hannover verliert am Ende mit 1 zu 3. Und Heidenheim bleibt wirklich ganz fest und dicht obendran als erster Verfolger auf die Aufstiegsränge. Sie gewinnen nicht unverdient mit 3 zu 1 in Hannover. Der FC Erzgebirge Aue möchte die Saison jetzt positiv enden lassen. Das 3 zu 0 gegen den 1. FC Heidenheim war nicht zufriedenstellend. Jetzt war der Karlsruhe Sportclub zu Gast. Der KSC auf Platz 16 noch musste hier wirklich aufpassen. Nicht unterzugehen, aber in der 13. Minute war es dann soweit. Pascal Testroth ziemlich freigespielt. Sehr einfach. Gordon und Pissot laufen nur hinterher. Der KSC nach einer halben Stunde dann mal diese Standardsituation. Grozorek, der den Ball da aus der Drehung ans Aluminium schießt. Dann die Szene irgendwie geklärt. Aber das ist auch ärgerlich, wenn man da unten steht, kommt dieses vielgesagte Pech noch hinzu. Schon im zweiten Durchgang. Der plätscherte lange Zeit dahin. Dann gab es mal wieder eine Möglichkeit in der 70. Martin Mennel, aber ein aufmerksamer Schlussmann, parierte noch einen Elfmeter gegen Heidenheim, gegen Marc Schnatterer. Aber auch er konnte dort die Niederlage nicht ganz abwenden. Da lief es einfach nicht für die lila Feierchen. Jetzt nochmal in der Schlussphase Baumgadriese mit der Chance zur Entscheidung. Upov ist aber da. Hält den KSC damit weiterhin im Spiel. Doch es sollte im Endeffekt nichts mehr bewirken, weil der KSC nicht mehr gefährlich nach vorne kam. Das war unter dem Strich wieder zu wenig von den Gästen. Und Aue holt sich so die nächsten drei Punkte. Der HSV konnte sich nach der bitteren Pleite gegen Stuttgart wieder regenerieren und gewann mit Ach und Krach 3 zu 2 gegen Wehen Wiesbaden. Gegen Kiel hat man aber schlechte Erfahrungen gemacht. Das erste Zweitligaspiel verlor man gegen Holstein Kiel hier im Volkspark mit 0 zu 3. Und es deutete sich zunächst erstmal ähnliches an. 13. Minute Salih Özkan mit dem 1 zu 0 für die Gäste. Letzschert heute nicht drin. Der Unglücksrabe vom Spiel gegen Wiesbaden. Dafür Bayer in der Startaufstellung. Aber auch er sorgte nicht für die nötige Stabilität in der Hamburger Hintermannschaft. Und Kiel machte weiter. Eckball von rechts. Der wird verlängert. Am zweiten Pfosten steht Wahl völlig frei. Der den Ball aus kurzer Distanz noch über die Linie drücken muss. Spitzer Winkel. Klar, dann ein Aufsetzer. Gar nicht verkehrt. Aber der springt um Millimeter über die Latte hinweg. Knappe halbe Stunde gespielt. Kiel setzte sich vorne fest. Hinten dann aber vielleicht auch ein wenig fahrlässig. Vandenberg bekommt das Duell gegen Poyanpalo nicht in den Griff. Und der ist dann völlig frei. Alleine unterwegs auf Ioannis Gilios. Poyanpalo gegen Gilios. Behält die Nerven. 31. Minute Poyanpalo. Aktuell der zuverlässigste. Bekommt viele Chancen. Vergibt auch viele. Aber jetzt war er im notwendigen Moment mal zur Stelle. Und der Lauf davor hatte durchaus was Spektakuläres. Aber es hätte schon wieder umschlagen können. 39. Minute. Das 1 zu 2 lag weiterhin mehr in der Luft als das 2 zu 1 für den HSV. Da konnten sich die Hamburger bei Pollersbeck der erneuten Nummer 1 bedanken. 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Holstein Kiel machte einfach weiter. Es geht wohl um nichts mehr für die Störche. Aber sie hatten dadurch vielleicht komplett die Ruhe weg. 56. Minute. Emanuel Ioannis trifft gerne gegen die Großen. Gegen den VfB Stuttgart hat er auch schon einen Treffer erzielt. Jetzt war es zum Ende hin aber doch so, dass Kiel sich hinten rein drängen ließ. Der HSV mit dem Mute der Verzweiflung. Fein zurückgelegt. Leibold mit seinem rechten schwächeren Fuß. Trifft nur das Außennetz. Die Möglichkeiten waren jetzt da und häuften sich für den HSV zumindest noch das 2 zu 2 mitzunehmen. Das ist das Mindeste, was man hier noch erwartete. Schlussphase. David Kinzombi zweimal erfolgreich am letzten Wochenende. Jetzt legt er auf. 81. Minute. Wieder Poyanpalo. Das 2 zu 2 für den HSV. Die Erlösung. Aber zu 100% konnte man auch damit nicht zufrieden sein. Es war über 90 Minuten gesehen ein extrem schwieriges Spiel. Trotzdem als Aufstiegsaspirant muss man zu Hause seine Spiele gewinnen. Hier endet es am Montagabend nur mit 2 zu 2. Jo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Es war mal wieder die zweite Liga. Mir hat es Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Auch das würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal und Adios. Bis zum nächsten Mal.